So, als erstes haben wir hier eine Schwenninger Einzelkunde, das ist unser Zollermeister, der will uns melken, auf dem ein dreifachkräftiges Marii! 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 So, und als nächstes kommen wir die schönste, nämlich die Bedastung, Dermotivier Schengler! Und als erstes ist der Schwanwagen, die Gehütter am Ritzschung, und der Aritz Schengler! Jungs, Jungs, Jungs! Marii! 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 Mariii! 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.